Nach der 1 zu 3 Niederlage des SK Rapid Wien in der Europa League gegen die Glasgow Rangers ortete Didi Kühlbauer physische Probleme seiner Mannschaft. Als Kritik an seinem Vorgänger Goran Jurezin will er dies jedoch keinesfalls verstanden wissen. Körperlich habe ich ein Problem erkannt, aber ich will es nicht darauf reduzieren, erklärt Kühlbauer in der Krone und führt weiter aus die Rangers waren robuster. Aber physische Präsenz in Zweikämpfen hat nichts mit der Kondition zu tun. Wie sollte ich die nach 3 Tagen beurteilen, Kühlbauer, Druck ist normal, dass das Medieninteresse bei Rapid naturgemäß höher ist als bei anderen Vereinen ist dem Coach bewusst. Er räumt jedoch ein, dass es auch für ihn ein Lernprozess sein wird, damit richtig umzugehen. Ich muss damit klarkommen, dass man bei Rapid aus jedem Wort etwas spinnt, so Kühlbauer, der aber auch sagt, das Interesse ist doch gut. Der Druck normal, die Spiele der 10. Bundesliga-Runde. Datum Heimhauswett Samstag, 6.10. 17.00 Uhr Pölten Admirar Wacker Samstag, 6.10. 17.00 Uhr SCR Alltag FK Austria Wien Samstag, 6.10. 17.00 Uhr Wolfsberger ACTSV Hartberg Sonntag, 7.10. 14.30 Uhr Rapid SV Mattersburg Sonntag, 7.10. 14.30 Uhr Wacker Innsbruck Klask Sonntag, 7.10. Winter, 17.00 Uhr SCR Sturm Greysart Bull Salzburg Werbung Werbung